Es gibt natürlich Aspekte, wo man darauf kommen könnte, dass es ein Vorteil ist. Beispielsweise, dass der eine oder andere verletzte Spieler Wehwehchen auskurieren konnte. Ich glaube, das gilt für alle Mannschaften. Bei den Langzeitverletzten hat es bei uns leider nicht gereicht, dass sie zurückkommen. Ömer, Niklas Völkro, Kevin Möwald. So gesehen sehe ich an der verletzten Front jetzt nicht unbedingt einen gravierenden Vorteil für Werder Bremen, aber auch natürlich keinen Nachteil gegenüber anderen. Dann ist natürlich, das spüre ich auch im ersten Training gestern, diese Lust auf Fußball als Spiel, wirklich als Spiel, die ist natürlich bei allen immens groß und die überstrahlt vielleicht auch ein bisschen dieses Thema Negativdynamik, Abstiegskampf und so weiter. Und das ist auch etwas, was wir uns beibehalten sollten bei aller Situation, in der wir stecken, die mit Sicherheit nicht absolut positiv ist, keine Frage. Diese Freude auf das Spiel, das könnte ein Vorteil sein. Ich glaube allerdings auch, dass das für alle Mannschaften gilt. Es ging lediglich darum, in aller Sachlichkeit einmal darauf hinzuweisen, dass das natürlich im Sinne des Wettbewerbs und der Integrität des Wettbewerbes keine gleichen Voraussetzungen waren. Und das ist für mich auch etwas anderes als natürlich andere Voraussetzungen, wie Kaderqualitäten, Finanzen etc., sondern das waren beeinflussbare Faktoren. Und das in aller Sachlichkeit einmal zu formulieren, finde ich auch richtig und auch mutig, weil natürlich war uns auch klar, dass genau in dem Moment, wenn man das als Tabellen-17. äußert, natürlich der Vorwurf im Raum stehen könnte, man suche Sach-Alibis etc. Aber ich glaube, man sollte gerade in diesen Momenten, man soll halt seine Meinung vertreten. Und andere Vereine kämpfen auch für ihre Interessen und machen die deutlich. Und deshalb sehe ich da überhaupt keinen Grund, warum wir als Werder Bremen nicht auch in aller Sachlichkeit einmal unsere Meinung dazu vortragen können. Und dann, hat es Frank ja auch gestern gesagt, ist eine andere Entscheidung gefallen, die akzeptieren wir. Und ab jetzt geht es nur darum, Vollgas in dieser Situation zu geben. Es gibt kein Alibi, es gibt gar nichts. Das Entscheidende wird sein, wer jetzt mit dieser Situation im Kopf am besten klarkommt, aus meiner Sicht. Natürlich ist es ein Thema bei den Spielern. Also genau wie ich es gesagt habe, das ist jetzt auch nicht so, dass die alle denken, es ist heile Welt. Das denkt keiner. Und trotzdem wird es wichtig sein und deshalb müssen wir das thematisieren, damit umgehen können, dass wenn wir Montag in einer Woche gegen Leverkusen spielen, darf es für diese 90 Minuten kein Thema sein. Aber dieses Thema Corona komplett aus der Kabine rauszulassen, ist erstens aufgrund der Rahmenbedingungen nicht möglich und wäre auch falsch, weil wir die Spieler aufklären müssen über das Hygienekonzept, über die Maßnahmen und wäre aus meiner Sicht auch im Sinne sportlichen Erfolgs fahrlässig. Wir haben von Anfang an in dieser Pause gesagt, wir nutzen diese Zeit für uns. Und das haben die Jungs gewissenhaft getan, haben sehr viele Pläne gehabt, Laufpläne auch zu Beginn, die nichts mit einem Erhaltungstraining zu tun haben, sondern wir haben zunächst einen extensiven Block gesetzt, in dem wir deutlich mehr Umfang gelaufen sind. Dann haben wir angefangen, intensive Laufmeter aufzusammeln, auch wieder noch individuell. Sobald wir hier auf den Platz kamen, also in kleinen Gruppen, haben wir dann versucht, wirklich auch sehr fußballnah zu arbeiten, mit Läufen, mit Wechselläufen, immer wieder auch Sprintmeter eingebaut. Und haben dann in der letzten Phase wirklich mit sehr, sehr viel, aus meiner Sicht zumindest, sehr, sehr viel eigener Energie und versucht, sehr kreativ zu sein, auch Spieler abzubilden über Laufparcours, über Torschows etc. Also ich würde schon sagen, dass wir in der Breite, also da meine ich alle Spieler, grundsätzlich über eine bessere Fitness verfügen als vor der Pause, auf jeden Fall. Jetzt geht es halt darum, die ganz fußballspezifische Fitness, die du nicht mit vier Mann trainieren kannst, in der kurzen Zeit jetzt uns zu vermitteln, soweit das möglich ist. Das Problem werden alle haben. Und dann bin ich sehr optimistisch, dass wir in einem besseren Zustand sind als vorher. Wir werden nahezu alle Einheiten im Stadion abhalten, was verschiedenste Gründe hat, weil wir auf der einen Seite natürlich weiterhin angehalten sind, nicht öffentlich zu trainieren, um keinen Zuschaueraufläufe zu provozieren. Dementsprechend bleibt uns hier bei unseren Gegebenheiten in der Regel nur das Stadion, in Ausnahmefällen mal das Amateurstadion. Aber da ist ein Weg dahin, das ist auch nicht immer optimal. Und somit trainierst du eigentlich durchgehend in der Atmosphäre, in der du auch spielst. Das ist ein Thema. Und natürlich werden wir auch bei den Elf-gegen-Elf-Spielen versuchen, das genau so zu simulieren, wie es dann ist. Weil es gibt eine einzigartige Chance aktuell im Fußball. Man muss ja auch das Positive sehen. Und ich finde, das sollte man auch und das darf man auch, jetzt auch die positiven Ansätze suchen. Im Fußball ist es nie möglich, normalerweise den Wettkampf eins zu eins zu simulieren. Weil bei aller Euphorie, 40.000 kommen in der Regel nicht zum Training. Und jetzt gibt es aber die Möglichkeit, wirklich eins zu eins die Wettkampfsituation abzubilden im Training. Testspiele sind nicht erlaubt, was aus meiner Sicht auch vollkommen in Ordnung ist, weil es ein erhöhtes Risiko wäre wieder. Aber du kannst ein Elf-gegen-Elf-Spielen unter den gleichen Bedingungen, wie du am Ende das Spiel spielen willst. Und das werden wir mit Sicherheit auch tun. Ich schätze mal, dass der ein oder andere Kollege, das wird ja nicht nur mich betreffen, jetzt zunächst ein paar Mal häufiger in der Zeitung stehen wird mit Aussagen vom Spielfeldrand. Aber da appelliere ich auch jetzt schon im Vorwerk natürlich auch an die Fairness aller Beteiligten, weil natürlich wird man mehr von uns hören. Man wird auch mehr von den Spielern hören. Aber bitte nicht jedes Wort, was da gewählt wird, auf die Goldwaage legen, sondern natürlich alles muss im Rahmen der Fairness bleiben. Das sollte es auch und das erwarte ich auch, dass da eine erhöhte Disziplin da ist. Aber es muss auch erlaubt sein, dass man mal einen Satz sagt, der vielleicht nicht druckreif sonst in der Zeitung steht, weil wir spielen das Spiel. Und bei allen Vorkehrungen, die wir haben, ich glaube, der größte Fehler, den man machen könnte jetzt aktuell, wäre auch noch neben den Fans, die nicht dabei sind, zu versuchen, dem Spiel die Emotion zu nehmen. Sondern wenn wir spielen, dann haben wir alle Vorkehrungsmaßnahmen eingehalten. Aber in dem Moment, wo wir spielen, müssen wir auch spielen dürfen. Sonst macht es wenig Sinn.